Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Star Wars Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego Star Wars. Und wir sollen anscheinend da hinlaufen. In der letzten Folge sind wir ja hier angereist mit diesem komischen Ding da, der da steht. Mit dem Raumschiff. Und ich bin auszusehen rausgetappt aus dem Spiel. So, da bin ich wieder. So, wir sollen anscheinend da hinten hinlaufen. Machen wir auch einmal. Sie in Vathos Laden im Moos Espanach. Wer ist da? Na, okay. Schande weg von meinem Wagen. Okay, machen wir. Anni? Der kleine Anni? Na, du bist aber in die Höhe geschossen. Und ein Jedi. Kaum zu fassen. Okay. Okay. Wo ist sie? Schmee? Ich habe sie verkauft. Vor Jahren schon. An einen Feuchtfarmer namens Larsen. Geschäft ist Geschäft. Hä? Wo ist ihre Farm? Oh. Ein gutes Stück weg von ihnen. Geht raus in die Wüste und sucht nach. Wasserdammt Evapulatoren. Okay. Jetzt müssen wir wieder zurück. In die Wüste. Falls du es rumleckst, das liegt einfach an diesem Scheißspiel. Naja, es liegt, glaube ich, sogar tatsächlich an meinem Mainboard. Ich weiß es aber nicht. Willst du über den Planeten fliegen? Steigt ein. Alles bereit. Gute Fahrt. Oh, tschüss. So, in die Wüste müssen wir jetzt. Wüste, ähm, es könnte kacke werden. Ja, wir gucken mal, wie es wird, ne? Mal sehen, die Wüste. Mal sehen, die Wüste. Mal sehen, die Wüste. So, komm, wir machen uns jetzt hier. Ja, das ist die Wüste von Tatooine. Woran habt ihr das erkannt? Am Sand? Das war der Sand, oder? Alles klar. Da müssen wir hin. Ah, okay. Dann laufen wir mal da hin. Kann ich auch einfach drüber? Moin, Kollege. Was für ein Schlamassel. Dieser Sand gelangt wirklich... Auf, umzulabern. Der Hersteller. Obermeister Annie. Ich wusste, ihr würdet zurückkehren. Die wird einfach mitgenommen. Nein, ist sie nicht. Schmie ist meine Frau. Sie war schon halb zu Hause. Als sie entführt wurde. Eine Horde... Taskenräuber. Wo willst du hin? Meine Mutter suchen. Okay, sie wurde entführt. Gefällt dir nicht, was du dort vorfindest. Das ist mir egal. Ich werde meine Mutter finden. Meister Anakin, denke wirklich, ihr solltet... Wir müssen jetzt mal hier... Auf, umgehe. Ich... Ich spüre etwas. Hier lang. Meine Mutter ist hier. Irgendwo. So. Mom? Mom? Oh, je. Okay. Warum konnte ich sie nicht retten? Oh, mein Mann. Anakin, mein Landstrecken-Transmitte ist ausgefallen. Leifte diese Nachricht weiter nach Coruscant. Ich habe den Kopfkett-Defels-Ambordet verfolgt. Zunächst zu einer gewaltigen Klon-Einrichtung auf Kamino. Dann zu den Ruinen-Histerien auf Dionotis. Ka und Toku stellte auf eine Ruinen-Nachweh zusammen. Warte. Okay. Anakin, bleib Bodo-Biss. Beschütze die Senatoren. Koste es, was es wolle. Wir werden uns um Count Dooku kümmern. Sie werden nicht rechtzeitig dort sein, um ihn zu retten. Ich werde Obi-Wan helfen. Wenn du froh hast, mich zu beschützen, wirst du mich begleiten müssen. Und weg sind sie. Sind wir, meine ich. Padme, du hast Meister Windu gehört. Er hat mir ausdrücklich befohlen, hier zu bleiben. Er hat dir ausdrücklich befohlen... Ha! Und weg. Let's go in die Welt. Wo muss ich hin? Da hin. Jo, wo bin ich jetzt, alter? Ja. Ist hier Lava? Ist das Lava oder ist das... Irgendwann. Oh, eine Ahnung, was das sein soll. Ich bin jetzt mal da. Joa, jetzt. Okay, da hinten hin muss ich jetzt. Gut, laufen wir hin. Gut. Meine Güte, dieser Ort sieht gefährlich aus. Das ist doch nicht so spät, um zur Karmzone zu klären. Dieser Dampf da drüben, könnte das das Werk sein? Wäre möglich. Okay, ich muss jetzt hier aber kurz stoppen, Leute. Denn ich muss nämlich jetzt weg. Das heißt, für euch seht ihr es einfach gerade wieder, aber ich bin jetzt erstmal kurz weg. Das heißt, ähm, ich sehe euch gleich wieder. Ihr seht mich aber jetzt wieder. Wir müssen... ...das hier anscheinend machen. Ah, tatsächlich muss ich unten weg. Wir gehen aber nicht da runter. Upsi, so geht. Ich habe gerade ein Eis gegessen, der kam noch ein bisschen Luft hoch. Ich bin nicht daran interessiert, mich hier in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Vielleicht kann ich ja eine diplomatische Lösung finden. Okay. Oh? Was sind das für Menschen? Wie oft seid ihr jetzt da aus? Diese Förderbänder bringen uns bestimmt in Sicherheit. Okay, das wurde geschlossen. Nun, da geht auch dieser Plan dahin. Möchtet ihr hier nochmals verhandeln? Mit Vergnügen. Okay, es ist auch. So. Ah, man. What? Ist hier irgendwas? Ich bin nichts mehr. Warte, wo ist sie denn? Warte, 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 warte. Oh komm, let's go. Was macht mehr denn jetzt hier? Können Sie diese Energiezellen starten? Okay, wir müssen jetzt irgendwie da rüber. Ne, warte, hä? Ich bin verwirrt. Nein, zusammensetzen. Hä? Was soll ich damit machen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen, äh, aua, ein bisschen fraglos, weil ich nicht weiß, was ich da machen soll. Okay, das. Okay, jetzt haben wir es. Ich fürchte, wir sind nicht darauf programmiert, Systeme wie dieses zu verwenden. Komm mit, R2. Wir müssen einen anderen Weg finden, um diese Energiezellen aufzuladen. So lade ich sie auf. Och nee, nicht das schon wieder. So, zack. Meister Anakin, ihr müsst die letzte Zelle laden. Eins ist auf. Und wenn, 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 wenn. Anakin, kannst du die Ladung zwischen den Zellen übertragen? Äh? Psst Muss ich denn da mitmachen? Ah, nix, okay Ah, jetzt sind es die beiden zusammen Ja, jetzt, jetzt hat es irgendwie funktioniert Keine Ahnung Keine Ahnung, was sie gemacht hat Warum konnte Obi-Wan nicht an einem sicheren und ruhigen Ort verschwinden? Autsch Leute, ich will aber auch sagen, das war es mit dem Video Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne liken Ein Abo und ein Kommentar da Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt Das Video gelockt, damit ihr keinem nie mehr verpasst Habt einen Daumen auf den Tag Haut rein Leute, euer Sandow Ciao, ciao